Willkommen zurück hier bei eurer Mutti beim Bande auf den Unbeginn L.E. gegen den Jin Air. Ein Prodos, ein ZVP. Mal gucken, was das wird. Heute ist nicht so mein tagrechtes Gefühl. Dieser Aufnahme-Session noch nichts geworden. Vielleicht, weil mir auch einfach ein bisschen kalt ist. Die Finger sind nicht so warm. Dann kriegt man irgendwelche Terraner, die Marine, Marauder und 5000 Tanks spielen. Kommt man nicht ran. Hat man keine Chance. Aber so ist es halt, muss ich mit Leben besser werden. Besser scouten. Besser ächsen. Mehr Thronen, mehr Wirkern, mehr alles. Genau, das werden wir jetzt immer machen. Jetzt wird einfach hier geäxt. Ist mir egal. Da kommt scouten. Gehe ich auch mal scouten. Dann macht Eberto dazu. Wenn er dazu macht, nämlich gleich die dritte. Wenn er dazu macht, wie gesagt, dann wird gleich die dritte genommen. Ich habe jetzt ein bisschen zugebaut, dass es enger ist. Ich habe jetzt zwei Thronen drauf, möchte ich eigentlich nicht. Ja, er macht hier durch. Ne, Exe steht. Sehr gut. Das heißt, ich nehme gleich die dritte. So, nehmen wir die dritte noch schnell. Zack. Wir können trotzdem mal reinscouten, was kommt. Er wird ja nicht schneller sein als ich, oder? Ne. Dritte kommt. Speed kommt. Noch eine Queen kommt. Okay, sieht aus, als ob wir Adepten kommen. Ein Adept ist schon da. Das heißt, wir bauen ein paar Länge. Brauchen wir auf jeden Fall. Ein Adept ist unterwegs. Wir brauchen mehr Overlords. Wir brauchen mehr Overlords. Wir brauchen mehr Overlords. Ich habe drei Overlords gebaut. Okay, er baut immer noch weiter Truppen. Er baut Truppen, Truppen, Truppen. Der Schwammklasse wird angegriffen. Nicht genügend Energie. Wir brauchen mehr Mineralien. Metamorphose abgeschlossen. Wir brauchen mehr Overlords. Wir brauchen mehr Overlords. Wir brauchen mehr Overlords. Wir brauchen mehr Overlords. Was kommt denn da schon wieder? Wollen wir noch einer? Wir brauchen mehr Overlords. Denn wir wollen ja eigentlich Roaches spielen. Roachite war. Sollten aber dennoch scouten Scouten ist immer gut Und hier wäre noch eine Queen nicht schlecht So Dann nehmen wir noch die Hyde was dazu Dann nehmen wir schon mal das 1-1 Zack, 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 zack Hier das Pass Hier das Pass Das Pass Dritter hat er noch nicht Queen kommt Wir brauchen mehr Vespin Gas Habe ich nicht Da kommt ein Drop Pod Da kommt ein Drop Pod Ich werde auch einen Drop machen Wie es mir scheint Wir brauchen mehr Overlord Ja, die erlaube ich dir nicht, die Britta Dagegen tun wir was Dass die nicht kommt Mit der Morphose abgeschlossen Mutation Abgeschlossen Der Schwarm Cluster wird angegriffen Der Schwarm Cluster wird angegriffen Mutation Abgeschlossen Wir brauchen mehr Vespin Gas Soll er jetzt wirklich was bekommen? Na ja, ein bisschen Was hat er schon bekommen? Wappel Wir brauchen mehr Vespin Gas Unsere Streitkräfte werden angegriffen Unsere Streitkräfte werden mit der Morphose abgeschlossen Kann man jetzt hier komplett oder? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Der Schwammcluster wird angegriffen. Der Schwammcluster wird angegriffen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Der Schwammcluster wird angegriffen. Unsere Streitkräfte werden an der Schwammcluster angegriffen. Die Armee könnte ich eigentlich schaffen. Der Schwammcluster wird angegriffen. Der Schwammcluster wird angegriffen. Die Armee ist echt viel. Der Schwammcluster wird angegriffen. Oh, ich höf jeden Fall nochmal die Linger dazu. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Die Armee ist nicht so wichtig. ja komm gg das ist blöd das wird russenspiele heute ich versteh es nicht heute ist nicht mein tag ich würde sagen bis dahin bis dahin tschüss bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin